und herzlich willkommen zu survival games mit bloody cave und potato und hier dings ne weißt ihr bescheid ne ich weiß nicht was ich sagen soll ja wir spielen hier mit den leuten von bloody cave eine runde hallo erstmal genau hier ist die kartoffel und es geht um insgesamt 30 emeralds nein insgesamt 60 und ja wir machen zweimal survival games runden und der gewinner der runde kriegt jeweils 30 emeralds wenn einer zweimal gewinnt dann halt dementsprechend auch mehr ja wir spielen mit den ganzen leuten die auch bei bloody cave dabei sind nur es ist immer einer aus jeder team jedem team dabei das heißt wir sind glaube ich 14 leute 7 teams das war marcel direkt gestorgen oh mein gott ich will auf jeden fall ins finale kommen ich will nicht sterben lassen enchanting table oh man das geht gut los ohne scheiß du stirbst direkt wir sind übrigens wir sind übrigens in nur in zwei teams aufgeteilt weil wir uns gedacht haben sieben leute in einem channel werden zu viele ja wenn du zum zum reden zur unterhaltung halber gar nicht gerechnet ich habe nur gesehen die kiste schon leer ja bei mir war auch die kiste schon leer ich habe kohle wozu kohle weiß weiß nein ich habe so angst vor dem er ist tot ist jemand gestorben ich weiß es nicht nein 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 ich bin tot oh man der kommt von hinten ich habe selber erschlagen man wieso hat er mich jetzt auch geschlagen fünf oh mein gott es geht weiter es geht weiter es geht weiter und los ja diesmal kämpft x solo für uns ja ne schutzzeit 30 sekunden diesmal kämpfst du für uns beide ja ohne scheiß das ist noch zehn sekunden du klickst ein bisschen sehr laut also tut mir leid ich habe alles gut alles gut oh gott oh gott oh gott oh gott ich habe keinen bock schon wieder jemand von hinten kommt ich habe so panik davon ja ich weiß aber ich habe trotzdem panik davor dass immer von hinten kommt bei mir und gar ich habe noch ein sieben attacks schon weg drin da habe ich keinen bock drauf ohne witz ich bin so aufgeregt gerade nein ich bin hinter flash tunes ja ich nein oh mann oh wir haben uns gegenseitig getötet wir haben uns gegenseitig getötet wie kann man sich denn gegenseitig tun wir haben uns gleichzeitig getroffen und bin das war ein pvp event verschlecht bis zum nächsten pvp event bis dann